Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder einen Gruß aus der Küche, einen schnellen Gruß aus der Küche. Wir alle müssen essen, wir haben jeden Tag Hunger und das Problem ist immer, was koche ich heute? Es soll gesund sein, es soll nicht zu teuer sein, es muss nicht immer fleischhaltig sein und es soll schnell gehen. Ihr könnt auch eine Pizza in den Ofen schieben oder ihr macht euch jetzt gerade im Herbst Gnocchi. Man kann sich Gnocchi, ich habe hier den Kürbis, man kann entweder einen Hokkaido Kürbis nehmen oder auch einen Butternut oder Hokkaido Kürbis, den könnt ihr aufschneiden, die Kerne entfernen, ein bisschen Öl rein, Salz, Pfeffer, Chili und bei 180 Grad in den Ofen schieben, dann wird der weich. Dann nehmt ihr den raus, lasst ihn abkühlen und gebt zu dem Fruchtfleisch etwas Mehl, etwas Parmesan, formt einen Teig, der muss ein bisschen ruhen und dann könnt ihr euch selber Gnocchi machen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber schmeckt auch hervorragend und dann werden die Gnocchis in siedendes Wasser gegeben und dann bis die hochkommen und schwuppdiwupp sind sie fertig. Ich werde heute keine Gnocchi selber machen, ich habe hier von BioWerde Kürbis Nokel und ich mache mit euch ein Gericht, was also so schnell geht. In fünf Minuten habt ihr das gezaubert für euch, eure Familie, eure Kinder und ihr habt ein ganz gutes Gefühl dabei. Erstmal, weil ihr euch selber was gekocht habt, denn Essen ist ja auch, ja, das ist was für die Sinne. Man soll ja nicht nur essen, um zu essen, sondern wir essen ja auch mit den Augen und wir wollen natürlich auch satt werden, aber Essen hält Leib und Seele zusammen. Also da wir auch nicht immer selber Nudeln machen, kann man ja auch machen, habe ich jetzt mal diese Gnocchi gekauft, so um die 3,59 Euro, sind zwei Portionen. So, hier haben wir die Produkte, Spinat, also frischer Spinat, Spinat macht stark wie Popeye, allerdings nicht der Spinat aus der Dose, sondern es muss schon frischer Blattspinat sein, ihr könnt den auch gerne roh verzehren, aber für dieses Gericht muss er so ein bisschen angedämpft werden. Also Spinat nährt die Muskelzellen, senkt den Blutdruck, verhindert Diabetes, gegen Übergewicht, also auch für eine, ja, wenn man das in Diät macht, hervorragend geeignet. Tomaten, zum Parmesan muss ich nicht viel sagen, den kennen wir alle. Und dann haben wir noch Pinienkerne. Da zoome ich jetzt mal direkt rein. Pinienkerne sind unverzichtbar für Pesto. In der Mittelmeerküche werden Pinienkerne viel mehr benutzt als bei uns, also in der Küche. Und sie sind, sie stärken die Knochen, senken also hohe Blutfettwerte. Sie können auch beim Abnehmen helfen, schützen unsere Zellen, pumpen mit Proteinen und liefern uns die wertvollen Omega-3-Fettsäuren und sind außerdem Muskel- und Nervennahrung. Und die werde ich nachher ein wenig erhitzen und beim Erhitzen, wenn die so ein bisschen erwärmt werden, ohne Fett, entfaltet sich dieser, dieser leicht nussige, schöne, milde Geschmack besonders gut. In die vorgeheizte Pfanne kommen, fettfreie Pfanne, kommen jetzt die Pinienkerne. Wenn es nicht sein, die nicht angeröstet sind, geht ganz schnell. Wichtig ist, fettfrei. Kein Fett benutzen. Und aufpassen, das geht relativ schnell. Olivenöl in die Pfanne. Gnocchi hinein. Ich mache es mal für eine Portion. Ich stelle es mal ein bisschen runter auf den 6. Hals. Die Gnocchi ist anbraten. Es geht ganz dick. Das seht ihr ja schon, dass sie ein bisschen bräunlich werden. Die Tomaten dazugeben. Die Tomaten habe ich mit Rotmarinsalz. Und noch etwas Pfeffer. Damit ihr einen schönen Geschmack bekommt. Also etwas angesüßt. Und hier ist noch einer drin. Et voilà. Seht ihr, wie schön braun die werden. Und zu guter Letzt kommt der Sackspinat hinein. Einfach in die Pfanne hinein. Das steht jetzt relativ schnell. Immer ein bisschen rühren. Das fällt ja ganz schnell in sich zusammen. Auf den Blattspinat kommen jetzt die gerösteten Pinienkerne und grob gehobelter Parmesan. Ihr seht, ein Fest für die Sinne. Allein schon diese Farben. Diese Farben. Tomate, Spinat und diese gelblichen Kürbis-Gnocchi. Boa, p'ti. So, ihr habt es gesehen. Ein ganz schnelles, gesundes Essen. Preiswert. Gesund. Und es schmeckt hervorragend. Ihr könnt es ja leider jetzt nicht probieren. Ich nehme es einfach mal. Mmh. 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 Fantastisch. Ich muss es mal so da hinschreiben. Also, das ist so schnell gemacht. Und es ist wirklich eine Gaumenfreude. Kann ich nur sagen. Und dieser Babyblattspinat hat auch so einen tollen Geschmack. Aber achtet auf die Frische. Mmh. So. Mmh. Ihr Lieben, ich schreibe euch die Zutaten gerne in die Infobox. Und das ist ein schnelles Gericht für zwischendurch, wenn man abends nach Hause kommt. Oder vom Spaziergang kommt. Man kann das doch immer zu Hause haben. Diese Gnocchis kann man sich selber machen. Oder man kauft sie sich fertig. Änder aus der Kühltruhe. Nicht Tiefkühltruhe aus der normalen, aus dem Kühlregal. Tomaten hat man auch immer. Kini-Kerne eigentlich auch. Und Parmesan sowieso. Das müssen nicht immer Nudeln sein oder Pizza sein. Einfach Kürbis-Gnocchi mit gedünsteten kleinen Trocknil-Tomaten. Und Blattspinat ist einfach ein schnelles Essen aus der schnellen Küche. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch wie immer das Beste. Ich würde mich freuen für die neuen Zuschauerinnen, wenn sie mir ein Abo da lassen würden. Ich grüße euch und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.